Guten Morgen meine Brei und Breirinnen! Es gepflegte Let's Place und jetzt willkommen zu diesem kleinen Vlog am Morgen. Also wer sich jetzt fragt, was gerade mit mir abgeht, nein, ich bin nicht betrunken oder sonst irgendwas. Es ist bloß gerade 6.16 Uhr, ich bin seit ungefähr 16 Minuten wach und habe gerade gefrühstückt. Also es ist ganz früh am Morgen, ich werde gleich zur Arbeit fahren. Wir wollen ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen. So. Und ich wollte einfach kurz mal erzählen, was gerade anliegt. Und zwar kamen jetzt ja am Wochenende wieder keine Videos online. Irgendwie sage ich diesen Satz sehr häufig. Aber ich will euch halt informieren, was so los ist. Ich habe vom Mittwoch auf Donnerstag reingestreamt, weil ich am Donnerstag Geburtstag hatte. Heißt, ich habe einen Geburtstagsreinstream gemacht. Der Stream wird auch online gehen. Den muss ich aber erstmal schneiden, weil der Stream fast 6 Stunden 20 Minuten groß ist. Heißt, den werde ich irgendwie in 4 Parts cuten oder so, mal gucken. Deswegen habe ich am Donnerstag nichts online gebracht. So. Am Donnerstag selbst hatte ich dann Besuch, weil halt Geburtstag und ähnliches. Deswegen habe ich am Freitag nichts gebracht. Am Freitag bin ich nach der Arbeit kurz nach Hause Sachen gepackt, bin zu meinen Eltern gefahren, weil ich am Samstag, also vorgestern, die Vermieterin meiner neuen Wohnung, werde ich gleich fast so sagen, kennengelernt habe. Deswegen habe ich da nichts gebracht. Weil Freitag war ich halt nicht da. Samstag und Sonntag war ich dann bei meinen Eltern. Da konnte ich nichts bringen. Und ja, Sonntag bin ich halt erst irgendwie um 20 Uhr oder so zu Hause gewesen. Hab dann noch kurz eine Folge Peatsmeet geguckt. Peatsmeet! Und bin dann schlafen gegangen, heißt auch da nichts. So. Jetzt das Ding. Ähm. Ich fliege Donnerstag um 8 Uhr morgens nach Ägypten. Horgada. Keine Sorge. Alles gut durchdacht, wird nichts passieren. Aber ist halt so. Klar, ich fliege mit meinen Eltern und meinem Bruder zusammen nach Horgada. Ähm. Würde gern, dass in der Zeit auch was online geht. Irgendwas an Videos. So. Jetzt das Problem. In Horgada kann ich natürlich nichts hochladen, meinen Computer nicht mitnehmen und ähnliches. Heißt, ich müsste das vorproduzieren. Da ich Donnerstag um 8 Uhr fliege morgens, um 6 Uhr am Flughafen sein muss, meine Eltern deswegen, also wir fliegen ab Hannover und meine Eltern kommen mehr oder weniger aus Hannover, die Stunde eher losfahren, wenn ich aus Hamburg komme, werde ich schon Mittwochabend losfahren. Heißt, heute ist Montag, heißt, ich habe jetzt 2 Tage Zeit, um die Sachen vorzuproduzieren. 2 Tage für 2 Wochen. Heißt, ich muss aufnehmen und alles schneiden und hoffe, dass alles funktioniert, damit jeden Tag eine Folge online geht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Ich hoffe es sehr. Ja, ich werde es versuchen, werden wir dann sehen. Das andere ist, was soll ich denn sagen? Achso, ja. Ich habe am Samstag die Vermieterin kennengelernt von der Wohnung, die ich bereits besichtigt hatte und habe ganz offen gesagt, ich habe nur eine andere Wohnung. In Aussicht, die ich auch gerne nehmen würde, weil die hat 2-3 Vorzüge und er meinte, die Maklerin und auch die Vermieterin, das kannst du nachvollziehen, das war ein bisschen blöd für die jetzt, aber naja. Und haben dann gefragt, was die für Vorzüge hatte. Und dann meinte ich, ja, die hat eine Einbauküche drin und die ist im Erdgeschoss und dies und das und die ist auch nicht so weit weg, die ist hier gleich um die Ecke auch. Und meinen sie, das und das, ja, hat dann viel Spaß. Nur warum? Meinte die Maklerin, sie hat auch eine ganze Zeit lang vermietet und die haben jedes Mal, wenn es gesetzlich erlaubt war, die Mieten erhöht. Jedes Mal die Nebenkosten erhöht. Und wenn da irgendwas ist mit den Wohnungen, muss man teilweise schon gegen klagen, damit da was passiert. Wir hatten das Beispiel, dass die eine Partei eine feuchte Wand hatten und das mussten die dann selber machen, weil die Vermieter, beziehungsweise die Hausverwaltung davon hat das einfach nicht eingesehen und nur so ein Scheiß. Und die Vermieterin, das ist eine etwas ältere Dame, die hatte eine Freundin in diesem Mietkomplex, den ich es einfach mal, die ist 100 geworden und dann gestorben. Die hat da 45 Jahre lang gewohnt und die hatte nur Stress damit. Und ja, da habe ich gesagt, okay, hat sich das geklärt, dann ziehe ich hier ein. Weil, wenn man das vergleicht, okay, da hätte ich eine Erdgeschosswohnung, was natürlich nett ist. Ich hätte die gesamte Einbauküche kaufen müssen mit den E-Geräten plus ein paar anderen Sachen. Das wären so um die 2000 Euro. Ich hätte da keine Badewanne, ich hätte halt ein Bad, da ist eine Toilette, Waschbecken, Dusche mit Vorhang. Und ich hätte ein Gäste-WC, was eine Toilette und ein Waschbecken ist. In der Wohnung, die ich jetzt bekomme, ist eine, ist im zweiten Obergeschoss eine Dachgeschosswohnung. Ich habe da ganz viele Gauben, heißt, ich habe in der gesamten Wohnung vielleicht zwei Schrägen und die nerven nicht mal. So, dann habe ich einen Dachboden, den ich fast alleine benutzen kann. Also, eigentlich ist der für alle drei Parteien, aber die anderen beiden benutzen den halt nicht. Dann habe ich einen Kellerraum, ich kann die Waschküchen mit benutzen, ich kann den Trockenraum mit benutzen. Ich habe einen überdachten Außenbereich, wo ich grillen kann. Das ist allgemein eine Vier-Zimmer-Wohnung, 95 Quadratmeter. Die nette Dame ist nochmal 20 Euro mit der Miete runtergegangen, plus ich habe eine Garage dazu bekommen für 40 Euro im Monat, das ist eigentlich normal. Also, ich zahle es für 95 Quadratmeter, vier Zimmer und saniert mit einem Korkboden, der richtig schön schallgedämmt ist und aussieht wie Holz. Werde ich euch aber alles zeigen, wenn ich dann die Wohnung habe am ersten, zweiten. Zahle ich warm 620 Euro. Wenn ich das vergleiche, die Wohnung, die ich hier habe, das sind 69,95 Quadratmeter, zweieinhalb Zimmer. Ich habe im Bad kein Fenster. Über mir ist noch der dritte Stock mit dem Kleinkind, neben mir ist ein Baby. Und für die Wohnung hier zahle ich warm 800. Also 180 Euro Unterschied. Aber es ist auch der Unterschied von einer kleinen Stadt zu Hamburg, logischerweise, muss man auch bedenken. Und was ich noch habe in der neuen Wohnung ist, ich habe zwar nur ein Bad, also ich habe nicht irgendwie ein Gäste-WC oder so. Aber in diesem Bad, ihr müsst euch das vorstellen, man kommt rein, hat dann links ein Waschbecken, rechts Toilette, dann geht man noch einen Meter weiter, dann hat man Schränke, geht man noch einen Meter weiter und dann hat man eine schräg eingelassene Badewanne, weil die hätte gerade nicht mehr reingepasst. So hat man dann aber richtig viel Ablagefläche. Und daneben, also neben dieser Ablagefläche, ist dann eine Mauer gezogen und daneben ist nochmal eine Dusche. Also ich habe ein Bad und eine ebenerdige Dusche, was auch ziemlich geil ist. So, dann habe ich noch im Wohnzimmer keine normale Tür mit Scharnieren, sondern eine Glastür, eine Milchhegel, die ich dann per Schiebesystem zur Seite schieben kann und nicht aufmachen muss, was ich ganz ulkig finde. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Und hoffe, dass das alles klappen wird, werdet euch da mehr auch mitnehmen, weil ich glaube, ich habe nämlich mal eine Roomtour geschafft hier, obwohl ich bestimmt sechs oder sieben Mal eine aufgenommen habe. Und ja, ich werde jetzt auch zur Arbeit fahren, bzw. ich werde mich erstmal duschen und ähnliches und dann zur Arbeit fahren. Hoffe, ihr seid mir nicht böse, falls ich es nicht hinbekomme, dass jeden Tag was online geht. Ich werde mein Bestes geben, aber wie gesagt, der Signal von zwei Tagen wird zwei Wochen vorzuproduzieren, also 14 Folgen. Ich muss kurz gucken. Also ich bin jetzt am 26. weg. Am 25. muss das schon stehen, also 1. Warte, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 5, 13, 14, 15, plus da fahre ich wieder zurück, also eigentlich 16, eigentlich 16 Folgen. Naja, wir sehen uns dann hoffentlich, bis zum Anfang schon wieder rechtzeitig von euch. Ich habe so eine snuggelige Decke mit Ärmeln, das ist voll awesome. Haut rein, morgendliche Breichkeit bei euer Kriespray.